Anbringen von nicht haftenden Auflagen. Nicht haftende Schäume eignen sich bei Wunden, die keine klare Abgrenzung zu gesunder Haut aufzeigen. Zudem eignen sie sich für Patienten, die eine Reaktion auf den Polyacrylat-Kleber zeigen. Wunden, bei denen kein Kleberand eingesetzt werden kann, sollten mit nicht haftenden Schaumstoffauflagen behandelt werden. Mit dem Lineal kann die Größe der Wunde ausgemessen und dann die Auflage passend geschnitten werden. Die Verpackung an der dafür vorgesehenen Stelle aufreißen und die Auflage gegebenenfalls zuschneiden. Den Schaum anbringen. Dabei darauf achten, dass der Schaum den Wundrand circa einen Zentimeter überlappt. Die Auflage muss dann noch mit Fixiermull oder einer Mullbinde befestigt werden. Weiterführende Informationen zu der Behandlung chronischer Wunden finden Sie unter www.draco.de